Sie haben aber merklich, wie viel Hunger sie haben, ja, das ist so geil einfach. Die gehen wirklich so hart, die Jungs, ja. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer brandneuen Folge Feuer am Stu. Da ist es endlich das Video. Ich glaube, es gibt keine Künstler, die so oft requested wurden, als Dietrich, YGT, Shiso und DG wieder einen Drillbanger, denke ich mal. Die haben nämlich den Song Dororo gedroppt. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, ja. Meine Community-Frage an euch ist, wer macht eurer Meinung nach aktuell den besten Drill in Deutschland? Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde mich wirklich mega interessieren. Wenn euch die Reaction gefällt, überlegt doch, ob ihr ein Abo da lasst. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram, dann könnt ihr mir nämlich eben so eine Newcomer immer schicken. Ihr könnt mir auch Songs von euch oder euren Freunden schicken. Ich habe gerade erst ein Video gemacht, wo ich fünf Newcomer vorgestellt habe. Da kommen auch noch tonnenweise mehr Videos, Formate wie diese. Schickt mir also weiterhin Songs und Künstler. Und jetzt lasst uns nicht lange reden. Dietrich, YGT, Shiso und DG mit dem Song Dororo, auch produziert von Dietrich. Let's get it! Ja, wie ist es? Petrisch! Petrisch! Wilder Einstieg! Ey, ich habe so... Ihr versteht nicht, ja? Ich feiere die Jungs wirklich hart, ja? Ich habe dich damals bei Duck und Duck kennengelernt. Wirklich unnormal geil, ja? Unnormal geiler Song, unnormal harter Sound generell. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat, bis eine Reaction dazu kam. Es hat sich immer einfach nicht ergeben, ja? Ich habe auch schon ein paar Videos aufgenommen. Ich glaube, ich habe schon drei Reactions zu denen aufgenommen. Aber irgendwie zeitechnisch hat es dann immer irgendwie nicht gepasst oder irgendwie ist was dazwischen gekommen. Keine Ahnung. Aber dieses Video, ich schwöre, dieses Video kommt raus. Ich werde es nicht wieder ansonsten aufnehmen. Geil einfach. Nass wie Duschen bin mit Shizu, das ist ein Yangji. Ich kann niemals gehen in Hapsi-Anti. Meine Jungs bleiben hier aktiv. Du hast 100, kauf dein Insta-Fick-Insta, mein Bro's-Gertick-Tick-Tack. Ey! Auf ein City-Spinder, du bist im Urlaub, hier ist es Winter. Gang, 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 gang. Es ist kalt und nass wie Alaskar. Du fährst mit deinen Jungs Ballern, Mann, wir haben Hunger und Durst wie Ramadan. Boah! Sie haben aber... Warte, merkt nicht, wie viel Hunger sie haben, ja? Das ist so geil einfach. Die gehen wirklich so hart, die Jungs, ja? Egal was, ich pack mein Kamera. Mein Buski ist Gott wie Alaba und der haut dich bloß wie Avatar. Pussyboy, ich schlag dich Blut, ich tu noch einmal ein auf Drasser. Ich bin heiß wie Alaba, ich mach dich nass wie Suckerwasser. Mein Fils-Fight-Gang, ich will den Zaster. Junge, was für ein noch glatt, mach was, das Roll-G-T ab Anfang fick dein Bus... Ey, 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 stopp, ey! Ihr müsst mir aber nichts helfen, ich weiß leider nicht, wer von denen wer ist. Die sind ja auch immer maskiert, deswegen ist es ein bisschen schwierig, die auseinanderzuhalten. Buski fick dein Papa. Ich war draußen auf der Straße, aber frag mich, wo warst du? Und ich bekam einen Schuss im Magen, da umstechen wir abhut. Und die hat, du mir das hier sucht, weil die Lage, die wird ernst. Meine Seele kalt wie Herz, drive uns, Gang, bis ich dann sterb. An der... Wisst ihr, wie der klingt? Der klingt ein bisschen wie Louvre, ja? So von der Stimmlage her und auch ein bisschen wie er rappt und so... Krass eigentlich, ja? Louvre auch, Big Show, das hab ich, glaub ich, auch noch nie reaction gemacht. Geisteskranker-Rapper, ja? Check ihn auf jeden Fall aus, ja? Hamsterrad, die Picen. Egal. Das Ding ist, ich hab ja manchmal gefragt, wer macht aktuell den besten Drill in Deutschland. Ich finde, Tarek und Senji sind auch weit mit da vorne dabei, so. Aber halt, die bedienen so ein ganz kleines bisschen ein anderes Genre. Die machen halt so auf die Fresse Drill, so. Und die anderen machen halt eher so ein bisschen so Spitter-Drill, wenn ihr versteht, ja? Du bist so aktiv am Tumam, was tust du so? Du weißt, ich bin Schieser, zeig kein Gesicht auf, jagd wie Manitou. Ich sag, DG, komm mit, Huni auf Schätze, so wie Hobbit. Die Kops seien uns wie Hobbit und ich laufe weg, so sportlich. Ich bin auf Art, ich geh fragil, deutsch, schmeckt fantastisch. Deine Gang, die so ein Lachkirch, rede von violence, aber macht nix mehr. Ihr Penner, Free-Free-Shies hat Schaden, nein, ich schlaf nicht. Lehm im Dreck, ich mag es, ja? Der Beat ist auch einfach so dumm gestört, einfach. Der Beat macht einfach so komplett dumm, einfach. Ich feier das doch wunderbar. Das, das, besser, komm, noch kellen, fick dich weg mit Fächer. Wie Tentent, ich bin besser, 4-2-Hunger, wie war next up? Sei Stecker, nur Verbrecher, fühl dich nicht krass mit deinem Messer. Mein Magen, gleich, guck auf Teller, rauch an Kerzen, rauch an Wettern. 4-2, yeah. Straßen sind immer kalt, nicht nur Winter. Bin am Blockspot mit meinen Niggas, Leute sind ganz cool und dann Sprinter. Machen dir Sachen vor, so wie Kinder. Manche auf G, sonst muss Dieter Klinge ziehen, er macht's wie bei Dororo. Wollte ich hier geschlafen, einfach so, sie ist hoffend zu mir Kimono. Sie will den Dick und die Rex von mir, mit sogar kein Vampir. Was, wenn wir in den Block einmarschieren, meine G's keinen manieren, lass deine Hände... Ich muss auch sagen, ich feier das so ein bisschen, dieses Video ist so ein bisschen so, auch so ein bisschen so Gang-mäßig, so, ne? Also ich finde, das könnte man irgendwie, das könnte man irgendwie noch ein bisschen mehr in Deutschland pushen, so dieses Gang, 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 so Flagge zeigen und sowas. Das finde ich irgendwie ganz nice. Vor allem, dass man sich auch nicht zu schade ist, so ein paar Dance-Moves so hinzulegen, so auch sehr, sehr wichtig im Rap. Bei dir, sonst wirst du gleich kassieren, denn Ich geb kein F*** auf, was du sagst und ich geb kein F*** auf, was du machst. Bin mit Junkies am Wiener Platz, meine Augen, du siehst den Hass. Schlägel kommen mit voller Kraft, yeah, bam. Du eine Bitch, schäbiger Pimp, bloß eine Fäuste kommen hammerhart. Schreibt von so viel, so wie Mangaka, will diese Bitch zu wie Van der Vaart. Das war's mit dem Song, was sagt ihr zu der ganzen Geschichte, was sagt ihr zum Video, was sagt ihr zum Song, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich glaube, von allen Künstlern fand ich, glaube ich, den, der am Anfang gerappt hat, am besten, der auch jetzt noch mit, also der mit der rot-weißen Maske so. Aber ja, was sagt ihr zu der ganzen Geschichte, ich glaube, das habe ich schon gesagt, schreibt es in die Kommentare und ansonsten abonniert gerne den YouTube-Kanal, folgt mir auf ihr zugehörigen, wir sehen uns beim nächsten Video, hot drive. Bye, ciao!